Die Ausfallzeiten der Bayern-Profis zum Durchklicken, Bildergalerie FC Bayern, die Ausfallzeiten der Profis 20 Bilder schlechte Nachrichten für den FC Bayern, im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen Trainer Niko Kovac sechs Spiele. Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern, ab 18.30 Uhr im Live-Ticker, Leon Goretzka, Sprunggelenkprobleme, und David Alaba, Sehnenreizung, gesellten sich zu Frank Ribéry, Magen-Darm-Infekt, Kingsley Coman, Muskelfaserriss, sowie Arjenroben und Korontan-Tolisso hinzu. Immerhin ist Manuel Neuer nach Überstand in einem grippalen Infekt zurück. Doch welche Spieler sind besonders anfällig? Wer fehlt den Bayern besonders lange? Anzeige 9 Profis haben in der Saison 2018-19 noch keine Partie aufgrund von Verletzungen oder einer Krankheit verpasst, andere dagegen sind im Lazarett Stammgast. Sport 1 gibt einen Überblick über die Ausfallzeiten der FCB-Stars, Daten von Transfermarkt D 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